Hallo, hier ist Martin von Money Bankies, das ist die DAX-Alanalyse für Montag, den 5.2.2024 und unseren DAX hat es zum Freitag schön auf den Rücken geschmissen. Wir hatten darüber gesprochen, dass er bestimmt aus der Bewegung heraus noch gut und gerne das fehlende Ziel bei 17.000 abarbeiten könnte, beziehungsweise ist ja hier hochgerutscht an der Linie einfach auf 17.000 bis 17.30, hat man gesagt, am Vormittag sollte das bei 17.000 liegen, am Nachmittag dann 17.30, je nachdem wann er anläuft und wir hatten gesagt, dass es wahrscheinlich auch schon ausreicht für den Freitag, dass ja primär im DAX da oft darum geht, den Wochenkurs ein bisschen zu fixieren und der aber bei 9.10 lag, die Wocheneröffnung lag bei 9.10 und der sich deswegen darüber halten sollte, hat man gesagt, dass er vielleicht von 17.000 dann sogar schon erstmal wieder zurückkommt und hier so irgendwie in den Bereich zur Seite Hampelt genau das hat er getan, hat auch schön hier die 900, den Support nochmal angenommen und nach oben verteidigt und damit stünde es unserem DAX frei jetzt hier auch wieder sogar ein Stückchen nach oben weiter zu steigen, ja, lässt halt hier nicht viel anbrennen, ist keine krasse Trenddynamik drin, deswegen würde ich nicht zu viel erwarten, würden wir hochgehen, müsste halt auch über die 17.010 auch wirklich drüber, per Stundenschluss, hätte dann aber auch bei 17.50 bis, ja je nachdem wann wir drankommen, 17.70 schon wieder Widerstand zu erwarten, wäre aber immerhin ein neues Allzeithoch und dann könnte er sich in Ruhe auch wirklich, wenn er es ganz gesittet angehen will, einfach an der Kante hier nach oben hangeln, so kommt er auch bis Mittwoch an die 16.21, steht ihm aber auch natürlich frei, das Muster ist ja sozusagen vollkommen abgearbeitet, das hat man ja schon gesagt, ja, der ist hier unten, hat das gebrochen, hat die Linie, hat das Ziel erreicht, deswegen hat man gesagt, dem Muster wollen wir nicht weiter Aufmerksamkeit schenken, das war jetzt nochmal eine wichtige Anlaufstelle hier, die hat er auch bedient, aber ich würde dann auch nicht zu viel drauf geben, also wenn er da oben drüber geht, dann ist es einfach so, ne, und deswegen würde ich oberhalb, ja eigentlich von 9.60, mich eher aufwärts zu orientieren, ja vielleicht sogar den Long suchen, rein in ein neues Allzeithoch und, ja weiß nicht, ob ich den dann so krass lang halten würde, wahrscheinlich würde ich mich am 9.00 hoch erstmal wieder zufrieden geben, könnte mir vorstellen, dass er von dort dann auch schon wieder zurückzogt, nochmal Schwung holt und dann später sicher weiter hochhangelt, 17.1.20 macht und so weiter. Das ist soweit das bullische Szenario und für das negative Szenario müsst ihr eigentlich nicht viel machen, müsst ihr bloß die 8.90 nach unten rumkegeln, den Freitagsschluss quasi unterbieten, gelingt ihm das, ist nach unten wieder alles frei, da reden wir über 8.20 bis 7.90, als nächstes dann, ja wenn er hier 8.90 nach unten kickert, schon Platz bis, ist 7.90, 8.20 als erste Station, dann natürlich 7.30 hier unten und die 6.60, also das sind alles noch interessante Ziele, die angelaufen werden können, sofern er denn da unter neue Tees wegkickt und dann könnte man vielleicht mal, wartet, hier den Pfeil so einfach mal mit ran setzen hier, macht vielleicht dann meistens Sinn, ja so wird das erste Mal handhaben und wenn er noch hochkommt, dann lasst man hier noch in die nächsten Ziele reinlaufen, egal wann das denn dann passiert, ja da sollte man ihm auch die Ruhe geben, die er sich nehmen darf, ja das ist ein alter Mann, kein D-Zug und gerade in polischen Bewegungen kennen wir es auch nicht anders vom DAX, ist immer ein bisschen ruhiger unterwegs als runter zu, das ist einfach so, da muss man ein bisschen mehr Geduld mitbringen und sich dazu disziplinieren, dass man, wenn man Long geht und in Stop-Loss setzt, halt auch erst rausgeht, wenn das Ding richtig schön da ist, wo es hin sollte oder im Stop-Loss landet, weil viele, den dauert das lange, die brechen dann immer ihre Trades da kurz über einen Stand ab oder sagen, ah der läuft so schlecht an, geht jetzt hier nach 30 Punkten schon raus und dann erinnern sich drei Stunden später, dass er dann doch nicht ihre 100 Punkte gekriegt haben, obwohl es der Markt ja gemacht hätte, das ist immer ganz typisch ein Aufstiegspattern und deswegen da einfach ein bisschen Geduld mitbringen, wenn er ruhig bleibt, wenn er wirklich ruhig bleibt, kriegt er eher eine Tendenz Richtung neues Allzeithoch, dafür ist er einfach zu nah an den Allzeithochsach dran, ja, also alles was ruhig ist und keinen Stress nach unten bringt, wird wohl eher nach oben laufen, das heißt, dort ungeduldig irgendwie was abzubrechen, fände ich dann nicht fachgerecht. Gut, Freunde, Tagesschau brauchen wir uns eigentlich auch nicht angucken, trotz dass die Tagesschauze rot ist, dürfte das jetzt nicht sprachial irgendwie was ändern, ja, also, kann die ganz, ganz ohne Probleme, kann die nach oben ausklinken, nehmen wir die jetzt grün wieder überläuft, das wäre überhaupt kein Problem, da würde ich mir jetzt so aus der Konstellation keine Sorgen machen, das ist jetzt keine krasse Trendumkehrkehrs, wo man sagt, muss jetzt hier Short All In und volle Pulle, das ist schon vollkommen legitim, wir sind außerhalb der Flagge noch, ja, damit ist eine Trendfortsetzung möglich nach oben und, ja, muss man ein bisschen Fahrt reinkriegen, ein bisschen einlaufen, auch wenn ich gar nicht damit rechne, dass es so krass trendet, ja, ich rechne eher damit, so wie er jetzt hochgekleckert ist, so weiter, weiter machen, na, das kann ich mir gut vorstellen, also, ich mache hier damit aus, wünsche euch gutes Gelingen zum Montag, viel Erfolg und dann hören wir uns morgen wieder, bis dahin, tschüss.